Wir haben ja gemeinsam im Jahr die Auswertungen uns angeschaut, was die letzten zwei Jahre halt an Wünschen oder Anregungen für die Fans gekommen sind und da waren halt ein paar Punkte drin, speziell wegen Wurstsortiment. Dadurch haben wir uns entschieden jetzt auf eine dickere Wurst, also richtige Stadienwurst zu gehen, dicke 100 Gramm Wurst, die ist viel heißer. Dann natürlich das Hauptthema die Regensburger Nacker, die grillen wir natürlich jetzt ab sofort und die gibt es dann auch mit allem, also diese Variante mit Gürkchen und Meerrettich und süßen Senf, das haben wir schon vorgemischt, das gibt es dann oben drauf und ja das sind die zwei Wurste, die es jetzt halt praktisch ab sofort gibt, weil das halt der Wunsch war vom Verein und vor allem von den Fans. Hat hervorragend geschmeckt und ich hoffe, dass es den Fans auch schmecken wird, mir hat es geschmeckt. Insgesamt hat das Catering natürlich eine ganz große Bedeutung für uns, weil wir zufriedene Gäste haben wollen, nicht nur was das Ergebnis auf dem Rasen betrifft, sondern auch was das gesamte Erlebnis Besuch in der Continental Arena betrifft. Und das, was ich jetzt an ersten Eindrücken habe, das ist sehr positiv. Die Firma Deutsch, der Alex Deutsch, stellt sich für mich als ein sehr dienstleistungsorientierter, kundenorientierter Unternehmer vor und da freue ich mich drüber, dass er sich viel Gedanken macht, was den Besuchern hier wichtig ist und das war in der Vergangenheit natürlich die Knacker-Simmel und dass die jetzt künftig auch im Angebot gibt und da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Für uns ist es ganz wichtig, dass alle Besucherinnen und Besucher, die hier in die Continental Arena kommen, zufrieden sind. Auf der einen Seite natürlich bei Fußballspielen, das ist nun mal das Kerngeschäft der Continental Arena sozusagen. Da gehört ein gutes Catering, eine gute Verpflegung einfach mit dazu. Gleichsam gehört aber auch eine gute Verpflegung, ein gutes Catering zu den Drittveranstaltungen, für die wir auch verantwortlich sind. Und da wissen wir auch, dass Catering wirklich ein entscheidender Faktor dafür ist, dass Veranstaltungen hier gebucht werden.